Vielen herzlichen Dank für die schönen einleitenden Worte. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin ja Pädagoge, also das heißt kein Lehrer, genauso wie man immer wieder sagt, dass Sie ja keine Pädagogen wären, was man immer wieder also hört. Nein, ich denke, wir sitzen alle im selben Boden. Und genau deswegen, glaube ich, ist dieser Vortrag oder diese Themenerweiterung, was Fragilität, Agilität betrifft, eine ganz wesentliche. Denn wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, dann wird permanent von Agilität gesprochen. Wir müssen viel agiler werden und so weiter. Die Frage ist natürlich nur, warum müssen wir denn alle agiler werden? Also was heißt eigentlich Agilität? Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Ihnen an den Schulen ist, aber in Organisationen wird das oft gleichgesetzt, dass man irgendwo einen Kicker hinstellt, eine Tischtennisplatte und sagt, man, wir sind jetzt unheimlich agil. Nein, man hat halt einfach nur eine Organisation mit einem Kicker oder mit einem bunten Sofa oder mit einer Tischtennisplatte, aber von Agilität sind wir sehr weit entfernt. Also mit anderen Worten, wir müssen uns erst einmal um das grundsätzliche Gedanken machen. Und das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was heißt denn eigentlich fragil? Ich muss die Sprechgeschwindigkeit übrigens etwas höher halten, weil ich habe nur 45 Minuten Zeit und der Vortrag dauert eigentlich 90 Minuten. Ja, und darum muss ich das irgendwie unterbekommen. Also, was heißt denn eigentlich, wenn wir von einer fragilen Umwelt sprechen? Zunächst einmal ist es so, dass wir Fragilität oder allgemein den Begriff, das ist eigentlich fragil, ja nicht unbedingt positiv besetzen. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh ja, toll, das ist zerbrechlich, sondern man hat immer irgendwie sowas Negatives dabei. Das kann man so sehen, das muss man allerdings nicht sehen. Man kann es einfach einmal objektiv betrachten. Und ich würde das gerne einmal so als Anleihe aus der Biologie, ich hoffe, das kriege ich jetzt hin, weil mit Sicherheit haben wir ja einige Biologielehrer. Das, was Sie hinter mir sehen, das ist der Wasserfloh. Und der Wasserfloh hat eine sensationelle Überlebensstrategie. Der fühlt sich immer dann wohl, wenn es so feucht und warm ist und dann vermehrt er sich unendlich quasi und zwar ungeschlechtlich. Also der ungeschlechtliche Vorpflanzer, das passt einfach. Also da ist einfach alles voller Wasserfloh und zwar nur Weibchen. Also da gibt es nur Weibchen. Das ist durchaus effizient. Also von dem her kann man sagen, Wasserfloh hat es einfach erkannt. Wenn es passt, dann muss man loslegen. Genauso funktioniert aber auch Gesellschaft, so funktionieren Märkte, so funktionieren Unternehmen. Wenn es passt und sagt, auf geht's. Das Problem taucht immer dann auf, wenn wir beim Wasserfloh bleiben, wo es also einfach schön feucht und warm ist und dann einfach das alles passt. Was passiert denn, wenn es plötzlich nicht mehr feucht und warm ist und plötzlich trocken und kalt? Also worst case. Dann haben wir natürlich plötzlich ein Problem, weil in dem Moment, wenn es nicht mehr so ist, wie es eigentlich bisher immer war, dann haben wir in der Tat ganz andere Rahmenbedingungen. Und jetzt kommt Wasserfloh seine sensationelle Überlebensstrategie, denn ich habe ja gesagt, es gibt nur Weibchen. Und wenn die Situation sich komplett verändert, dann kommen plötzlich Männchen. Dann kommt es, klar, logischerweise zur geschlechtlichen Fortpflanzung. Damit kommt es zur neuen DNA. Und diese neue DNA ist genau dafür prädestiniert, sich an neue Gegebenheiten in irgendeiner Form anzupassen. Der Rest, der genauso bleibt, wie es bisher war, der stirbt. Das ist logischerweise, die sind nicht mehr kompatibel mit der neuen Umwelt und dementsprechend sind die dann weg. Was mir in diesem Zusammenhang immer wahnsinnig wichtig ist, Sie haben das mitbekommen, ich habe gesagt, also erst kommt das Problem, dann kommen die Männchen. Nicht umgedreht. Das ist immer wahnsinnig wichtig und sagt, ja klar, immer wenn die Männchen kommen, gibt es Probleme. Nein, nein. Also in dem Fall, und mit anderen Worten, wir sind die Lösung. Also das gefällt mir an diesem Beispiel eigentlich so wunderbar. Was heißt das aber jetzt im übertragenen Sinne? Nun, wir müssen uns unseren Kontext, also sprich dort, wo es feucht, warm oder kalt und trocken ist, wir müssen uns das in irgendeiner Form anschauen. Wir müssen schauen, was tut sich denn bei uns alles? Und da gibt es so ein schönes Instrument, vielleicht haben Sie das schon mal irgendwo gesehen, das sogenannte Ishikawa-Diagramm. Und da können Sie sehr schön einmal einfach anhand dieser 6 M's, es gibt mittlerweile eine Version mit sogar 8 M's, da können Sie einfach einmal so durchgehen, was tut sich in Bezug zum Beispiel auf Maschinenmessung und so weiter. Und da würde ich gerne mal starten mit Menschen. Was tut sich in Bezug auf Menschen mit unserer globalen Umwelt? Nun, wir werden zunächst einmal mehr, das wissen wir, und zwar werden wir massiv mehr. Wir gehen davon aus, dass wir bis vielleicht in 20 Jahren oder sowas weit, ganz weit über 9 Milliarden Menschen sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass nicht nur diese Menschen da sind, sondern die werden auch global älter, was riesige Herausforderungen bringt. Man geht davon aus, alleine bis zum Jahr 2030 werden wir ungefähr um 5 Jahre älter als noch vor 3 Jahren. Das heißt, 5 Jahre länger sind die Leute auf der Welt und allein dadurch werden wir schon mehr. Wenn wir also unser Dasein so als Förderband betrachten würden auf unserer Erde, wir fallen einfach immer später hinten runter. Deswegen wird das Förderband einfach voller. Das, was vielleicht auch wahnsinnig interessant ist, dass der Trend der Urbanisierung immer weiter zunimmt. Also, wenn wir immer wieder von Landflucht sprechen, dass das vielleicht auch in irgendeiner Form schon überwunden wäre, nein, ist es nicht. Global geht man davon aus, dass ungefähr 60% der Menschen alle in großen, und zwar in sehr großen Städten leben werden. Was das wiederum bedeutet, das wissen wir, ich meine, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört, die kommen nicht direkt aus Köln, sondern eher aus dem Bayerischen Wald. Und Bayerischer Wald ist jetzt nicht unbedingt die Region, wo man sagen kann, naja gut, die ist ja so richtig was durchorganisiert. Dort ist ja alles Glasfasernetze da und so. Nein, ist es nicht. Das ist alles mehr so in München und in Bayern. Da haben wir letztes Mal was, hat der Andreas Scheuer, den Sie vielleicht aus der Heute-Show kennen, der hat letztes Mal im Bayerischen Wald ein Zertifikat, glaube ich, überreicht, dass da irgendwann demnächst hier Glasfaser gebaut wird. Da kann man immerhin das Zertifikat schon mal anschauen. So, ich komme zum Materialium. Da würde ich relativ schnell drüber gehen, weil das etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, würde man sich ein bisschen näher damit befassen. Unser Energieverbrauch wird alleine dadurch, dass wir so viele Menschen auf der Welt sind, die natürlich alle im entsprechenden Niveau leben wollen, werden wahnsinnig viel Energie weiter verbrauchen. Das heißt, alles, was immer mit Energieeffizienz zu tun hat, das ist schön, das ist überhaupt keine Frage, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir bis zum Jahr 2030 nach wie vor ungefähr also 16, 17 Prozent mehr Energie verbrauchen, als wir das heute tun. Also das heißt, von wegen, dass wir Energie sparen können. Das Thema, was viele Menschen betrifft, was Klimaerwärmung betrifft, wird dazu führen, dass wir bis in 10, 15 Jahren 50 Prozent der Weltbevölkerung haben werden, die unter Waterstress leben. Das heißt also, die haben nicht genügend zu trinken. Was das bedeutet, das kann man uns selbst ja auch, glaube ich, sofort nachvollziehen, wenn wir nichts zu trinken haben, dann müssen wir weg. Und dementsprechend müssen wir einfach davon ausgehen, dass es durchaus zu der einen oder anderen Migration kommen wird, aus absolut verständlichen Gründen. So, dass wir Materialien verwenden, mittlerweile, wenn wir Digitalisierung und Elektromobilität und was es da alles gibt, das alles verbraucht ja trotzdem Ressourcen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, wenn man Elektromobilität hat, dann ist die Welt in Ordnung, sondern wir brauchen Ressourcen. Und diese Ressourcen sind zum Teil einfach in dem Umfang, in dem wir sie wahrscheinlich in Zukunft brauchen werden, erst gar nicht da. Abgesehen davon, wir wollen ja gar nicht wissen, wie diese Ressourcen überhaupt dann in zum Beispiel einen Akku in ein Auto hineinkommen. Also das ist dort etwas, das blendet man sehr gerne aus. Aber auch damit müssen wir uns befassen. Das ist alles hier so ein bisschen der dunkle Teil des Vortrags. Wenn Sie sagen, du liebe Zeit, das ist ja Stimmung, was der hier verbreitet. Nein, also ich muss erst einmal so den Gesamtzusammenhang erläutern. So, das heißt auch, wir werden einen CO2-Ausstoß erhöhen. Da möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir mittlerweile sehr, sehr viel in den Medien haben. Dass wir Klimaerwärmung haben, habe ich schon gesagt, ist aber überhaupt nichts mehr bekannt, nichts mehr Neues. Das ist allseits bekannt und zwar schon seit Jahren. Also Greta Thunberg hat da jetzt keine neuen Erkenntnisse mit hineingebracht. Sie hat es einfach nur Gott sei Dank populär gemacht. Man sagt, okay, ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen. Dass Klimakatastrophen, man muss jetzt nicht immer so ablaufen, wie es bei dir, bei Sabine, aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass Klimakatastrophen, Exeskapaden, der durchaus weiterhin zunehmen werden. Jetzt komme ich in die, also deswegen auch weise. Also es hilft uns überhaupt nichts mehr, singulär zu denken, ohne Kontext zu denken. Wir haben ganz einfach das Problem, also die Herausforderung, wenn wir es einfach mal, wir haben die Herausforderung, dass wir in Zusammenhängen denken müssen. Und es hängt alles in irgendeiner Form mit immer irgendetwas anderem zusammen. Und wo wir jetzt hinkommen, das, was gerade angesprochen wurde, was Digitalisierung betrifft, also in das Zeitalter der Digitalität kommt. Ja, in der Tat, ich meine diese Ausgrabungen, die Sie jetzt hinter mir sehen, das sind alles Gegenstände, die sind gar nicht so alt. Auch wenn man meint, dass die vielleicht schon alt sein könnten. Also für die Jüngeren unter Ihnen, also das sind alles Dinge, die sind hier, ja, manche von Ihnen haben diese gar nicht benutzt. Also zum Beispiel jetzt das rechts unten, das ist ein Telefon, für diejenigen, die es nicht erkennen. Und bei diesem Telefon, wenn man angerufen hat, da musste man nie fragen, wo bist du denn gerade? Also weil da konnte man nirgendwo anders sein, als dort, wo das Telefon stammt. Das sind also ganz andere Dimensionen. Interessant dabei ist aber nur, dass das, was Sie jetzt dort sehen, dass genau diese Dinge so weit in Vergessenheit geraten sind, woran man wiederum erkennen kann, wie schnell der technologische Fortschritt ist. Und das hört ja nicht auf. Also in dem Moment, wenn wir einfach beim Telefon ganz kurz bleiben, dann wissen Sie ja, heute haben wir alle ein Telefon, nämlich ein Smartphone, mit dem man aber eigentlich viel mehr fotografiert und im Internet ist, als telefoniert. Und dessen muss man sich halt einfach bewusst sein, dass wir hier einen irrsinnigen technologischen Fortschritt haben, der definitiv nicht aufhören wird. 5G, Internet of Things, auch das ein Riesenthema, wo nicht mehr nur wir Menschen uns miteinander vernetzen, sondern wo eben die Dinge untereinander mit vernetzt sind. Es gibt ein paar Gegenstände, die sind alle im Internet. Da stellt sich immer die Frage, warum ist das im Internet? Wie zum Beispiel dieser Toaster. Einjenigen, die das Beispiel noch nicht gehört haben, und ich denke, das ist so ziemlich das Berühmteste. Was macht ein Toaster im Internet? Was treibt der da so? Nun, dieser Toaster kann zum Beispiel, wenn Sie dann morgens da so ein Toast reinstecken, der kann Ihnen dann die Außentemperatur draufbrennen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel heute Morgen aufgestanden sind, dann brennt Ihnen dieser Toaster dann drauf, dass es draußen drei Grad hat. Dann müssen Sie, Sie müssen eine Mütze aufsetzen oder sowas. Da kann man sagen, ja gut, da könnte man doch auch zum Fenster rausschauen. Ja, sicher, aber Fenster rausschauen ist voll 90er. Also da muss man halt dann, da kann man sagen, nee, ich brauche kein Fenster mehr, ich habe einen Toaster. So, und da gibt es die Whiskyflasche vielleicht noch ganz kurz. Die Whiskyflasche ist auch, aus meiner Sicht, wirklich ein super Beispiel. Was macht die Whiskyflasche im Internet? Nun, die kann Ihnen über eine App mitteilen, ob sie schon offen ist oder noch zu. Das bekommt man auch anders raus, aber in dem Fall kann man es halt auch über das Internet machen. Wenn wir über solche Dinge nachdenken, zum Teil schmunzeln, zum Teil sind es ja echt lustige Sachen auch, was da so alles gemacht wird, dann dürfen wir aber eine Komponente nicht unberücksichtigt lassen und das ist immer dann, wenn das Netz nicht mehr in Geräten drin ist, also das heißt, nicht mehr einfach nur in unserer Hand, was man dann ausschalten kann, neben uns hinlegen können, sondern wenn praktisch das Netz in uns selbst hineingeht. Und das ist ja der neue Trend und da sind ja die ersten Schritte schon sehr erfolgreich unternommen. Und das heißt, in dem Moment, wenn wir das Netz zum Beispiel bei uns plötzlich im Gehirn haben, kennen Sie vielleicht, es gibt einen Mikrochip, der ist erfunden worden, entwickelt worden deswegen, weil man demenzkranken Menschen, deren Gehirnleistung ja permanent weiter abnimmt, in irgendeiner Form durch Gehirnleistungssteigerung entgegenwirken kann. Also man kann so ein bisschen entgegenwirken, man kann es natürlich nicht aufhalten und so, aber man kann vielleicht die Auswirkungen ein bisschen minimieren, vielleicht. So, jetzt haben wir aber diesen Mikrochip, also den Chip, den gibt es ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, muss ich den jetzt nur dann einsetzen, wenn eine medizinische Indikation vorliegt oder kann ich den unter Umständen auch bei einem ganz gesunden Gehirn einsetzen, wenn der leistungssteigernd ist? Und natürlich kann man, und natürlich kann man. Und ich habe ein Interview gehört mit Hartmut Rosa, dieser doch relativ berühmte deutsche Soziologie-Professor und den hat man gefragt nach genau diesen Dingen und die Interviewerin hat gemeint, das kann ja dann jeder selbst entscheiden. Also ob ich jetzt nur so einen Chip im Gehirn haben will, die eine Gehirnleistung steigert oder nicht, das ist doch eigentlich dann meine Sache. Und daraufhin hat er ein Beispiel gesagt, was direkt aus Ihrem Leben ist. Dann sagt, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind, das geht zur Schule in eine Klasse mit 30 Kindern und 29 von diesen Kindern haben mittlerweile so einen gehirnleistungssteigernden Chip im Gehirn und Ihr Kind nicht, weil Sie sagen, nee, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage, das machen wir nicht. Und Ihr Kind kommt jeden Tag nach Hause und weint und sagt, die anderen sind schneller, der Lehrer ist eben schneller, die anderen können sich besser konzentrieren, können sich Vokabeln besser merken, die können alles viel schneller nachvollziehen, die haben bessere Noten und Ihr Kind weint und weint. Wenn Sie Eltern sind und Sie stehen vor Ihrem Kind und sagen, ja, aber du bist auch so ein sehr wertvolles Kind, das wird dem Kind nicht so wahnsinnig viel weiterhelfen. Und was machen Sie als Lehrer? Also, was tut man jetzt da? Sie wissen, der hat Chip im Gehirn und der nicht. So, und was ich damit sagen will, ist, wenn es die Masse macht, dann ist es keine freie Entscheidung mehr. Dann ist es in irgendeiner Art und Weise sicher nur eine freie Entscheidung, bloß ich bin damit Außenseiter. Das heißt, es wird ein neuer Standard. Und das sind plötzlich ethische Komponenten, weil das, was möglich ist, muss man sehr wohl beurteilen darüber, ob es überhaupt ethisch, moralisch vertretbar ist. Und da stelle ich mir natürlich so die Frage, ob wir als Menschheit das hinbekommen. Weil ich glaube immer, also das, was heißt ich glaube, da bin ich überzeugt davon, leider überzeugt davon, dass wenn wir Menschen etwas können, dann machen wir das auch. Erst vereinzelt und dann natürlich auch mit Sanktionen und mit Rügen und so weiter und dann vielleicht ein bisschen mehr und irgendwann ist es plötzlich der neue Standard. Vielleicht noch ein anderes Beispiel mit Krankenversicherung, wenn jemand zu mir kommt, also irgendein Krankenversicherer und sagt, Herr Reimer, wir hätten eine super günstige Krankenversicherung für Sie. Und ich sage, ja, das ist super, halbieren, toll. Die einzige Voraussetzung ist, Sie müssen sich irgendeinen Mikrochip hier einbauen lassen, hier irgendwo ins Handgelenk, sodass man Blutdruck und so weiter und ob Sie Sport machen und nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Und dann sage ich, nee, also tut mir leid, also dann möchte ich das nicht. Damit ist es aber klar, dass ich natürlich einen Großteil der Summe, die ich mir ersparen könnte, nicht sparen kann. Und wenn dann der Krankenversicherer sagt, ja gut, Herr Reimer, dann müssen wir natürlich für ein Worst Case ausgehen, also dass Sie eben Alkohol trinken, dass Sie rauchen, keinen Sport treiben und so, also alles, was natürlich völlig abwegig ist bei mir. Und deswegen müssen wir Ihren Krankenversicherungsbeitrag erhöhen. Kann man machen, kann man machen. Und wenn sich alle Krankenversicherer einig sind, dann kann man es auch. Dann steht man halt einfach da und sagt, ja, wie jetzt? So, und da müssen wir uns einfach Gedanken darüber machen, wie wir so, ich will nicht sagen, wie wir das ablehnen können, um Gottes Willen. Es geht einfach nur darum, wir müssen darüber reflektieren, wir müssen ganz einfach über diese Zusammenhänge uns Gedanken machen und sagen, boah, wollen wir das alles? Wie können wir damit umgehen? Und da sind wir eben im Thema der Weisheit drin. Also es gibt ja von Friedrich Dürnmatt diesen schönen Spruch, die Physik ist Sache der Physiker, die Auswirkung geht uns alle an. Und wenn der Chip entwickelt ist, dann ist das eine tolle Sache, überhaupt keine Frage, weil er ja für was ganz anderes entwickelt worden ist. Wenn darüber anderweitig eingesetzt wird und dort auch Auswirkungen hat, naja, dann ist es eine Sache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und ein weiteres Thema, auch das ist im Zeitalter der Digitalität ein Riesenthema. Das ist alles, was irgendwie mit Big Data zu tun hat. Es ist leider so, dass sehr viele von uns alle überhaupt keine Vorstellung haben, was Big Data eigentlich bedeutet. Das heißt, ja, die sammeln alle Daten und so, was weiß ich, was die damit machen. Big Data hat immer vier Stufen und dessen müssen wir uns einfach klar sein. Die erste Stufe ist, es werden so viele Daten gesammelt, dass man ungefähr sagen kann, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Das ist zumindest mal, die erste Stufe ist relativ einfach. Also, es ist einfach nachzuvollziehen. Die zweite Stufe ist nicht mehr nur zu sagen, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern viel interessanter, warum es in der Vergangenheit so passiert ist, sodass es zu dem gegenwärtigen Zustand gekommen ist. Das heißt, man kann die Interdependenzen und die Kausalitäten in irgendeiner Form so weit zusammenschrauben, dass man sagt, aha, das waren die auslösenden Faktoren, deswegen ist es heute so, wie es ist. Das ist natürlich schon ein ganz schön Schritt weiter. Der dritte Schritt ist, nicht mehr nur sagen zu können, was in der Vergangenheit und warum es so passiert ist, sondern man denkt natürlich diese Kausalitäten und Interdependenzen weiter, über den Status Quo hinaus, bis hin in die Zukunft. Und damit sind wir in der Lage, die Zukunft vorauszusagen. Nicht 100 Prozent um Gottes Willen, aber ich habe natürlich einen großen Wissensvorsprung gegenüber denen, die das nicht können. Und damit bin ich in meinem Umfeld definitiv ein Leader. Und jetzt kommt die vierte Stufe, denn ich habe gesagt, es gibt immer vier Stufen. Wenn die dritte Stufe Zukunft voraussagen ist, was um Gottes Willen soll die vierte Stufe sein? Und die vierte Stufe ist nicht mehr, die Zukunft vorauszusagen, sondern die Zukunft zu machen. Und wer kann das? Die kennen Sie alle. Die kennen Sie alle. Das ist Amazon, das ist Facebook, das ist Google, das ist Microsoft, das ist Apple. Das sind so die fünf ganz großen Konzerne, die haben im Endeffekt das Potenzial und wir spielen alle mit. Wir spielen alle mit. Wir stellen uns Alexa ins Wohnzimmer hinein und unterschreiben aber überall Datenschutz-Grundverordnungserklärungen. Aber wir reden mit Alexa und da gibt es einen ganz großen Skandal in Tagesthemen, in Tagesschau, wo man da mitkriegt und so um Gottes Willen, das gibt es ja wohl gar nicht. Da hat tatsächlich bei Alexa jemand das alles mit aufgezeichnet und ausgewertet. Wissen Sie, noch vor ein paar Monaten ging das durch die Presse. Da denken wir, Mann, wie naiv kann man sein, wie naiv kann man sein, dass man Alexa zu Hause stehen hat, mit der Witze erzählt, Stimmungen teilt und so weiter und dann aber glaubt, dass Alexa das für sich behält. Also die Leute kommen nach Hause und sagen, du Alexa, ich muss dir was erzählen, was mir heute passiert ist, muss aber unter uns bleiben. Und Alexa sagt dann, klar, klar, machen wir. Irre, völlig irre. Also nicht, dass ich Alexa ablehnen würde, wenn ich habe keine zu Hause, ich kaufe nie irgendwas großartig über das Internet ein, weil ich einfach den örtlichen Handel auch sehr gerne bedienen möchte. Das wird aber jetzt relativ uninteressant sein. Entscheidend ist, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass das genau so abläuft, wie ich das gerade geschildert habe. Und da dürfen wir aber dann auch nicht großartig verwundert sein. Und das ist gemeint, im groben Überflug, dass wir momentan in einer sehr großen Umbruchssituation uns befinden und dass viele Dinge jetzt plötzlich möglich sind, die vorher so nicht möglich waren. Und wir wissen auch nicht genau, wie es in fünf, wie es in zehn Jahren ausschauen wird. Ich meine, es sind so unfassbar viele Dinge auch in ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen unterwegs und dementsprechend können wir uns auf einiges gefasst machen und wir sollten es beobachten. Denken Sie daran, dass jetzt Physik nur als Beispiel, die Physik geht die Physiker an, die Auswirkung geht alle an und alle, das sind wir. Und dementsprechend müssen wir uns darüber auch Gedanken machen. So, wie reagieren wir jetzt drauf? Wie agieren wir in diesem Umfeld? Und dieses Umfeld, ja, dem kann man eigentlich nur mit Agilität entgegenkommen. Agilität bedeutet dann nicht einfach nur Flexibilität. Flexibilität ist so ein bisschen reaktiv und so, ah, da tut sich was Neues, dann machen wir halt auch irgendwas, damit wir uns wieder anpassen. Agilität ist vielmehr vorbereitet sein. Vorbereitet sein und dementsprechend müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie werden wir ganz einfach hochflexibel, wie motivieren wir uns für die ganze Sache? Wie können wir extrem schnell sein und eben auch auf alles gefasst sein? Das sind so die Kernelemente von Agilität und dessen müssen wir uns bewusst sein und dahin müssen wir auch uns selbst, aber auch unsere Kinder, unsere Schüler und so weiter erziehen. Und das ist nicht ganz so einfach. Was brauchen wir dazu? Nun, wir brauchen ein Bewusstsein dafür. Wir brauchen ein Bewusstsein, was rings um uns herum eigentlich alles passiert, was sich da so tut. Und ja, das ist eine Aufgabe, die eben über die einzelnen Fächer hinausgeht. Das heißt, wir müssen hier definitiv interdisziplinär denken. Was heißt Bewusstsein? Nun, ich kann im Endeffekt mir nur dann über etwas bewusst sein, wenn ich weiß, in welcher Politik bewegen wir uns eigentlich, alleine von der Schule her. Und so, wie wollen wir eigentlich als Schule gesehen werden? Wie verstehen wir uns eigentlich als Schule? Sind wir einfach nur reine Wissensvermittler? Wissensvermittler? Also auch das gilt es in irgendeiner Form zu klären. Auch vielleicht zwischen den Ländern. Also dann sagt, ja, was genau wollen wir denn eigentlich? Und sprich auch, welche Ziele verfolgen wir? Und wenn das Ziel einfach nur ist, eine möglichst gute Abiturnote zu bekommen, was natürlich unser System momentan fast nichts anderes hergibt, oder eben andere Schulnoten mitzukommen, dann ist es sicherlich erstmal nicht schlecht, aber das kann beileibe nicht alles sein. Und dieses Bewusstsein brauchen wir und wir müssen uns darüber klar sein, dass jeder, in jeder Organisation, in der Schule auch, jeder Lehrer, jede Lehrerin, egal an welcher Stelle, immer einen Beitrag dazu leisten muss, um genau diese Politik, dieses Ziel, diese Ziele, die es gibt, eben zu verwirklichen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ich bin am 1. November 2017, also Feiertag in Bayern, bin ich nach Berlin gefahren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen viel mit dem ICE fährt. Ich bin fast nur mit dem ICE unterwegs oder nur mit dem Zug unterwegs, fährt ja nicht überall mit der ICE hin. So, und ich sitze in einem fast leeren ICE und schreibe dann hier so an meinem, ich weiß nicht, irgendwas habe ich geschrieben, und dann kommt so ein Zugbegleiter, so mit einem ganzen, mit einem Tablett voll Kaffee. Aber der Zug war fast leer. So, ich sitze da und tippe so vor mich hin und dann bleibt er neben mir stehen und sagt, möchten Sie gerne leckeren Kaffee trinken? Dann höre ich zum Tippen auf, schaue ihn so an und sage, boah, leckeren Kaffee, hm, nee, nee, so, ich danke. Dann sage ich, warum nicht? Dann sage ich, warum nicht? So, ich brauche denn einen Grund? Er sagt, schlecht wäre es nicht. So, ich mein Gott, Grund, Grund. Ach so, ich wissen Sie was, geben Sie mir einen. So, also, damit, damit gibt er mir einen Kaffee, ich zahle den natürlich auch und so, ein kurzer Smalltalk. Und dann geht er weiter und drüben, so schräg gegenüber, sitzt eben ein älterer Herr auch und der kommt auf ihn zu und der sagt, geben Sie mir auch ein, ich habe auch keinen Grund. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass der sowas macht? Nun, das kommt einfach dazu, weil er in irgendeiner Art und Weise das, was er macht für sich, als eine Art, ich weiß nicht, man könnte jetzt auch Performance sehen oder so, weil er einfach Spaß an der Sache hat und seinen Beitrag dazu leisten will, dass die Leute, die in dem Zug da drin sind, ganz einfach ihren Spaß haben und dass das einfach passt, dass es ringsherum passt. Für diejenigen, die öfter mit dem Zug unterwegs sind, es gibt auch diejenige Kategorien an Zugbegleitern, die einfach so durchgehen, sagen wir mal das aus dem Bordbistro, machen wir mal das aus dem Bordbistro, da können Sie gar nichts bestellen, weil wenn Sie möchten, ist der sowieso schon weg. Also von dem her, das können Sie nicht über eine Stellenbeschreibung, nicht über einen Workflow abbilden. Also Sie können nicht sagen, beim Kunden stehen bleiben, Fragen, Doppelpunkt, möchten Sie gerne leckeren Kaffee trinken? Wenn Kunde nein, fragen, warum nicht? Das geht nicht, das geht nicht, sondern das ist komplett individuell von ihm und dementsprechend müssen wir aber so denken und das zeichnet dann eben auch Agilität aus. Also damit die Leute sich darüber klar sind, welchen Beitrag kann ich eigentlich dazu leisten. Und dessen müssen wir uns klar sein und da müssen wir auch daran arbeiten. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Das setzt aber auch voraus, dass wir Entscheidungen treffen müssen und auch dürfen. Entscheidungen treffen dürfen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich einmal ganz kurz ausholen, wo Sie als Lehrer auch eine wesentliche Rolle spielen, aber eigentlich nicht als Lehrer in dem Sinn, sondern als gesellschaftliches Phänomen. Denn in unserer Gesellschaft sieht es doch so aus, dass ein Kind auf die Welt kommt, schaut sich um und sagt, boah, was ist hier los? Und dann gibt es aber Gott sei Dank die Eltern so als Maßstab. Und die Eltern sagen dann, was gut ist und was schlecht ist. Und wenn ich das so mache, wie es gut ist, dann werde ich gelobt. Und in dem Moment, wenn ich es nicht so mache, dann werde ich geschimpft. Und so lerne ich, was gut ist und was schlecht ist. Das ist zunächst einmal schon eine ganz gute Sache insgesamt. Es setzt aber voraus, dass ich als Kind akzeptiere, was in dem Fall noch einfach ist, dass die Eltern wissen, was richtig ist und was falsch ist. Passt soweit. Dann kommt mir ein Kindergarten. Dort haben wir Kinderpflegerinnen, Kindererzieherinnen und so weiter. Und da geht es genauso weiter. Das heißt, die sagen dem Kind, was los ist und was nicht los ist. Und wenn das los ist, was nicht los sein soll, dann werde ich geschimpft. Und wenn das genauso gemacht wird, dann werde ich gelobt. Also ich lerne wieder. Setzt voraus, die Kindergärtnerin weiß, wie es geht. Und jetzt kommen die Kinder in die Schule. Ja, Sie wissen es selber. Also das heißt, wir haben Kinder da drin in der Schulklasse, die dann eben von Ihnen gelehrt bekommen, wie etwas geht und wie etwas nicht geht. Das ist auch in Ordnung. Und wenn Sie es genau so machen, wie das vorgesehen ist, dann gibt es gute Noten. Und wenn Sie es nicht so machen, dann gibt es halt einfach schlechte Noten. Und jetzt mache ich in dieser Hinführung einen ganz kleinen Exkurs. Und zwar persönlich. Ich habe Leistungskurs Mathematik gehabt. Das war aber insofern nicht so gut, dass ich das gehabt habe, weil ich habe deswegen Leistungskurs Mathematik gemacht, denn als diese ganzen Leistungskurse damals vorgestellt worden sind in der 11. Klasse, da hat dieser Mathematiklehrer, dieser Kursbetreuer hat gesagt, also wir fangen quasi nochmal komplett bei Null an. Und jetzt war Mathematik echt nicht mein Fach, weil eigentlich überhaupt gar nichts mein Fach war. Und das ist jetzt nicht kokettieren so, es ist wirklich so. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das ist nicht schlecht, dann kann ich ja dann nochmal einen Restart hinlegen. So, das war auch der Fall. Das Problem war nur, dass die mathematischen Inhalte von der 5. bis zur 11. Klasse innerhalb der ersten beiden Tage abgehandelt wurden, was mir jetzt nicht wahnsinnig viel weiter geholfen hat. So, jetzt saß ich zwei Jahre lang in einem Leistungskurs Mathematik und ich habe immer nur rudimentär verstanden, um was es hier eigentlich gehen könnte. Interessant war dabei, und deswegen erzähle ich Ihnen das, dass wir einen Mathematiklehrer hatten mit einem Kurs, wo zwei Schüler drin waren, die immer bei diesem Bundeswerb, Wettbewerb Mathematik mitgemacht haben. Also das sind irgendwelche Freaks gewesen. Und dieser Lehrer hat immer die beiden auch gefragt, also sprich, der hat dann hier irgendwas, ich weiß nicht, was er macht hat, der hat hier irgendwas gemacht, und hat dann immer die beiden gefragt, hat er gesagt, also Hans, also Hans hat da einige heißen, und so Hans, hast du eine andere Idee? Gibt es Alternativen? Und der wusste dann meistens auch nur Alternativen, die ich noch weniger verstanden habe. Aber interessant war, dass dieser Lehrer tatsächlich permanent den Schüler mit einbezogen hat. Ich fand das damals total bescheuert. Ich habe gedacht, ja er ist doch der Lehrer, das muss doch nicht der Hans wissen. Aus heutiger Sicht denken wir, wow, welche Größe? Welche Größe? Einfach zu akzeptieren, ich habe da jemanden drin, der ist einfach Weltklasse, und dementsprechend kann ich den auf meine Stufe mit hochziehen und ganz einfach einmal fragen, wie siehst du das? Hast du Alternativen? Und dann durchaus sagen, okay Hans, komm nach vorn, zeig uns das einmal, wie du das machen würdest. Und ich fand das cool. Also damals schlecht, heute finde ich es cool. Damals fand ich es total bescheuert. Aus heutiger Sicht, okay, das ist echte Größe. Und dessen müssen wir uns natürlich auch klar sein, dass genau diese Agilität, die permanent gefordert ist, das voraussetzt. Und sagt, nicht ich bin derjenige, der alles weiß, weil, jetzt gehen wir von der Schule weiter, dieses System, was ich angesprochen habe, geht ja weiter. Denn wenn Sie mit der Schule fertig sind, beim Studium mache ich es so, kriegt man vom Professor gute Note, mache ich es nicht so, kriegt man schlechte Note. Ich komme in den Betrieb, da gibt es einen Abteilungsleiter, einen Gruppenleiter oder was, der sagt mir, was ich zu tun habe, sagt, machen wir nicht so, machen wir schon so und so, weil der weiß, wieso. Und so geht das praktisch Hierarchiestufe und Hierarchiestufe nach oben. Und ganz oben, da sitzt dann jemand, der weiß alles. Und ganz schlimm ist es, wenn der, der oben sitzt oder die, die oben sitzt, das auch noch glaubt. Dann ist es echt schräg. So, und das heißt also immer, wenn man die Kaskade dann wieder so nach unten geht, da wird man immer ein bisschen dümmer. Und ganz unten sitzen dann die ganz dummen. Und das darf nicht sein. Das ist nicht in einer agilen Organisation, in einer agilen Gesellschaft, in einer agilen Denkweise ist das nicht zugetan. So, was bedeutet das jetzt? Nun, das bedeutet, dass wir oftmals keine Entscheidungen treffen dürfen. Und zwar machen wir es so, machen wir es anders. Muss ich erst einen Gruppenleiter fragen, muss ich einen Bereichsleiter, Abteilungsleiter fragen, muss ich einen Geschäftsführer fragen, muss ich einen Schuldirektor fragen, muss ich dieses, muss ich jenes selber, kann ich keine Entscheidung treffen. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel aus meinem Privatleben erzählen, damit das vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Fakt ist, dass wenn ich mit meiner Frau zum Essen gehe, dann weiß ich immer ganz genau, was ich essen will, nämlich Käsespätzle und Weißbier. Das sieht man mir nicht an, ist aber so. Und das heißt, wenn wir da sitzen und der Oberkommt und sagt, darf ich Ihnen schon was bringen? Dann sage ich, ja, gern Käsespätzle und Weißbier. Meine Frau sagt dann, ich müsste erst noch schauen. Löse ich, dann schaue ich auch noch. Und dann geht der Oberkommt und dann kommt der irgendwann wieder und sagt, darf ich Ihnen schon was bringen? Und er sagt, ja, gern Weißbier, Käsespätzle. Meine Frau sagt, also ich bin noch nicht beim Schauen. Dann sagt der Ober, vielleicht darf ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Er sagt, ja, gern Weißbier. Meine Frau sagt, oh, 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 trinken. Ich habe bisher erst beim Essen geschaut, müsste ich noch mal schauen. Gut, geht der Ober wieder, ich weiß, ich werde Apfelschorle bestellen, weil sie immer Apfelschorle bestellt. Dann kommt der Ober irgendwann wieder, darf ich Ihnen schon was bringen? Er sagt, ja, gern Weißbier. Meine Frau sagt, ja, Apfelschorle natürlich. Und dann geht der Ober wieder, dann bringt er uns die Getränke, dann stellt er es uns hin, dann schaut er uns so an, alle drei schauen uns verständnislos an und dann geht er der Ober wieder und dann sagt meine Frau, so, ich glaube, jetzt weiß ich es. So, das ist eine gute Idee. Zweiter Satz ist, aber ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, soll ich eher das Zanderfilet nehmen oder den Putenstreifensalat? Ist mir egal, weil ich weiß ja, ich will Käsespätzle. Mein Problem taucht beim dritten Satz auf, als ich damit sage, sag mal, wie wäre es denn, wenn du den Putenstreifensalat nehmen würdest und ich das Zanderfilet und dann isst jeder die Hälfte und dann tauscht man die Teller. Das ist jetzt schon ein Problem, weil in diesem Plan meine Käsespätzle keine Rolle mehr spielen. So, und jetzt komme ich glücklicherweise aus der Philosophie, da sieht man schon Leistungskurs Mathematik und dann in die Philosophie abgebogen. Ja, weil, wenn man aus der Philosophie kommt, dann kennt man auf jeden Fall Buridans Esel, den werden Sie mit Sicherheit kennen auch und das ist ja dieser Esel, der einen irrsinnigen Hunger hat, von genau zwei gleich großen Haufen Getreide steht, gleicher Aufbau, gleicher Getreideart, alles völlig identisch. Und dieser Esel hat einen riesen Hunger, weiß aber nicht, mit welchem Haufen er beginnen soll zu fressen, weil jeder Haufen ja eben identisch ist. Das heißt, jedes Argument für den linken Haufen ist zugleich ein Argument für den rechten Haufen, weil kein Unterschied. Und so schwankt dieser Esel immer so hin und her und hin und her und hat einen riesen Hunger und wissen Sie, was mit dem passiert? Der stirbt, genau, der verhungert. Weil ich das weiß, denke ich mir, ja, um Gottes Willen, dann esse ich halt einen Burdenstreifensalat, bevor ich dann hier verhungern muss. Und warum erzähle ich Ihnen das? Ja, ich erzähle Ihnen das deswegen, weil das vielleicht noch mal so ein bisschen illustriert, wir müssen es schaffen, in Organisationen Entscheidungsfreiheiten herbeizuführen. Wenn das nicht passiert, dann Projekte, was auch immer, das geht alles ohne irgendeine Lösung vorbei. Ideen gehen verloren. Alles, was irgendwie eine gute Sache sein könnte, wird irgendwann sterben. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir in agilen Organisationen, die mit dieser unheimlichen Komplexität zurechtkommen müssen, dass wir die eben auch so ein bisschen enthierarchisieren und einfach nur versuchen und sagen, okay, Leute, eure Sache, macht es einfach, das ist eine richtig klasse Sache, eure Entscheidung, tut es. So, das müssen wir auf die Reihe bekommen, ich glaube, dann können wir auch wiederum sehr schön punkten. So, und das setzt voraus, dass wir eben insgesamt ein Commitment haben, so jawohl, das passt, so machen wir das. Wenn, egal in welcher, ob das nun eine Schule ist oder ob das irgendeine andere Organisation ist, wenn ich da drin Leute sitzen habe und sage, mein Job ist es hier, um, weiß ich nicht, um sieben Uhr morgens zu kommen und um 16.30 Uhr nach Hause zu gehen, dann mache ich meine Arbeit und der Rest ist mir egal. Schwierig, es ist legitim, es ist aber schwierig. Also das heißt, ich brauche schon ein Commitment, so eine Art Einverständniserklärung und sage, ich mache einfach das, was ich tue wirklich gerne. und worin wir als Deutsche unheimlich gut sind, auch um einfach nochmal alles zusätzlich zu verkomplizieren, das ist alles, was schwierig ist, noch schwieriger zu machen. Nun, jetzt ist hier das, was ich hier als Beispiel habe, die Maut, das ist jetzt hier das österreichische Pickerl, das ist jetzt gerade für mich als Bayer schwierig, wenn ich dieses Beispiel anführe, aber ich muss in irgendeiner Form damit leben. Wir, wenn wir sagen, wir wollen, dass Menschen, die mit ihrem Auto auf der Autobahn fahren, die sollen Geld dafür bezahlen. Das ist zunächst einmal völlig legitim und dann fangen wir an und sagen, ja, wie könnten wir es machen und dann hier mit der LKW mit Satelliten und Bahnen, was wir da nicht und über Autobahnen machen wir da hier irgendwelche Kamerasysteme und in Österreich sagen die, okay, was wollen wir? Menschen, die mit dem Auto auf unsere Autobahn fahren, die sollen zahlen, weißt du was? Da machen wir ein Pickerl auf die Scheiben und dann sagen wir, ja, das geht auch, das können wir auch machen, das stimmt und deswegen müssen wir auch in Organisationen immer ein bisschen einfacher denken. Das heißt, nicht immer zu überlegen, was könnte alles passieren und was müssen wir noch machen, was müssen wir auf jeden Fall noch verhindern und so machen wir lieber nicht und sagen, nein, um was geht es denn eigentlich? Was ist eigentlich die Kernaufgabe? Was genau wollen wir denn? Und sagen, ja, wir wollen, dass die Leute, die dort fahren, zahlen und sagen, ja gut, dann lass uns ein einfacheres System überlegen und das ist für mich so ein Klassiker. Das heißt also nicht immer alles noch komplizierter machen, sondern wir müssen schlichtweg einfacher machen. Da würde ich jetzt drüber gehen, denn eine Sache müssen wir auch immer mit berücksichtigen und das ist Feedback. Wenn wir Commitment haben, wenn wir Verantwortungsdelegationen haben, dann müssen wir aber auch immer wieder versuchen, möglichst viel Feedback einzuholen. Es hilft überhaupt nichts, wenn wir, was weiß ich, eine Lehrerkonferenz, Abteilungsbesprechung, was auch immer haben, wo einem irgendwas erzählt wird, wo man dann so drin sitzt und so grummel, 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 grummel und dann gibt es vorne irgendeine Frage, hat noch irgendjemand Fragen? Gibt es irgendwelche Einwände? Nein, dann wieder grummel, grummel, nein, nein, gibt es nicht und dann geht man raus und sagt, boah, voll der Mist hier, Wahnsinn, regt mich das alles auf und so. Nee, das ist der falsche Zeitpunkt. Wenn, dann muss eine Feedbackkultur in der Organisation so weit ausgebreitet, so weit etabliert sein, dass man sich das auch zu sagen traut. Riesenproblem. Hierarchie wiederum, ganz oben die ganz klugen, umso weiter, dass man rumkommt, lauter dümmer, also werden immer dümmer und wie kann es sein, dass irgendein dümmerer als ich da plötzlich irgendeinen Vorschlag von mir sabotiert. Es geht ja gar nicht um Sabotieren, es geht um konstruktive Kritik, aber das muss in einer agilen Organisation extrem ausgeprägt sein, aber auch in einer Gesellschaft und das ist sicherlich ein Problem. Gut, wir brauchen definitiv immer einen gewissen Fokus und das möchte ich Ihnen mal an diesem Film zeigen. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Please do something. Help! 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 I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. Is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. He said he can fix it. He said he can fix it. und ich finde, das bringt es halt einfach wahnsinnig toll auf den Punkt. In dem Moment, ich sage, ja, ich brauche nur Anweisungen. Und die Anweisung lautet, hier fahre ich mit der Rolltreppe nach oben. Die Rolltreppe bleibt stehen und sagt, ja gut, dann geht es halt nicht. Und ich sage, nein, es geht nicht darum, mit der Rolltreppe nach oben zu fahren, sondern es geht darum, oben irgendetwas zu machen. Und wie du da raufkommst, ist es völlig egal. Die Rolltreppe ist ein tolles Hilfsmittel, keine Frage, aber ich muss es dann anderweitig versuchen. Weil vielleicht ist das auch eine Kompetenz, die man dann eben auch dem einen oder anderen Schüler, dem einen oder anderen Kind, aber auch dem einen oder anderen Mitarbeiter beibringen muss. und sagt, hast du den angerufen? Und sagt, ja, schon. Ja, und? Ja, der ging nicht ans Telefon. Und jetzt? Er sagt, ja, der ging nicht ans Telefon. Er sagt, ja, pff, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Das war Begründung dafür, dass es jetzt momentan nicht geklappt hat, aber man muss halt dann in irgendeiner Form versuchen, andere Wege zu finden. Und das zeichnet Agilität aus und das zeichnet eben auch aus, wie wir auf eine komplexe Umwelt agieren oder in einer komplexen Umwelt agieren können. So, und es setzt aber auch voraus, dass wir in irgendeiner Form unsere Kommunikation untereinander auf ein ganz anderes Niveau nochmal bringen. Und das merken Sie mit Sicherheit sehr oft auch in der Politik, dass die Unterschiede zwischen Politik und Wählern sehr, sehr eigenartig ist, aber auch zwischen Unternehmensführungen und eben Mitarbeitern. Und es gibt eine schöne Geschichte aus dem Wilden Westen, wo dann so wieder kurz vor Krieg der General und der Häuptling sich dann doch irgendwie nochmal versuchen wollen zu einigen. Und dann treffen die sich ja vom Hügel zu einem allerletzten Gespräch und dann stehen die gegenüber und dann merken sie, dass sie eigentlich überhaupt nicht die gleiche Sprache sprechen. Und dann versuchen sie es irgendwie mit Gestik zu machen. Und die Gestik sieht dann so aus, dass der Häuptling zu dem General dann so macht und der General macht dann so und der Häuptling macht dann so und der General macht dann so. Und dann gehen sie wieder. Und daraufhin kommt der General zurück in sein Vor und sagen die Soldaten natürlich, und, und, wie sieht es aus? Und er sagt, ja, Krieg, Krieg. Also wir haben uns getroffen, der Häuptling hat gesagt, ich knall dich ab. Und er sagt, hey, pass auf, ich habe zwei Armeen. Und daraufhin hat der Häuptling dann gesagt, ich habe viele Stämme. Und er sagt, okay, morgen in der Früh komme ich und mache dich platt. Gut. Soldaten sehr schwer frustriert. Häuptling kommt zurück zu seinem Stamm, seine Gefolgsmann und Frau und, und. Er sagt, der Wahnsinn, die Weißen, die haben so einen an der Waffel, das ist unglaublich. Er sagt, ich komme hin und frage ihn, wie heißt du? Und er sagt dann, mein Name ist Hase. So, aha. So, Stallhase, Stallhase, nee, Feldhase. Zweimal völlig identisch, also wirklich 100% identisch, es waren ja beide anwesend. Zweimal völlig, völlig andere Interpretation. Und das ist etwas, was wir auf die Reihe kriegen müssen. Das heißt, das, was dort stattgefunden hat, ist im Endeffekt etwas, was wir permanent reflektieren müssen. So kann das eigentlich so sein. Und damit bin ich jetzt wieder bei einem Punkt, der aus meiner Sicht auch irrsinnig wichtig ist. Denn heute heißt es ja immer wieder, das ganze Wissen, das ist alles, was an Wissen vorhanden ist, ist im Internet. Also ich muss eigentlich selber überhaupt nichts mehr merken, weil steht alles im Internet. Ja, stimmt nur bis zu einem gewissen Teil, um nicht zu sagen, stimmt eigentlich überhaupt nicht. Bei dem Internet sind eigentlich nur Informationen verfügbar. Und dementsprechend muss ich immer darüber reflektieren können, das, was da steht, kann das eigentlich richtig sein. Und vielleicht kennen Sie dieses Beispiel. In 1989 war das, hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft die Europameisterschaft gewonnen. Und hat als Siegprämie ein Kaffeeservice bekommen. Das ist jetzt, ja, ich soll, ich behalte Siegprämie. Und ein Bügelbrett. So stand es dann auch in den Medien, später dann. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es eigentlich dann doch kein Bügelbrett war, weil das irgendein Scharlatan einfach nur verbreitet hat. Also was übel ist, Kaffeeservice, das hat tatsächlich gestimmt, also das war richtig. Und das Bügelbrett hat einfach nur irgendjemand dazu geschrieben. Und dann stand es so im Internet, das wurde dann irgendwo auch verbreitet. Und man sagt, nee, das Bügelbrett stimmt nicht. Das war einfach nur so. So, und was heißt das? Das heißt, wir haben heute im Netz milliardenfach Informationen, Daten zur Verfügung, aber komplett unreflektiert. Das heißt, alles, wir haben ja heute relativ viele Verlage und so weiter, alles das, was Sie als Qualitätssicherung machen, also Lektorat und so weiter, prüfen auf Plausibilität, hat das eigentlich irgendeinen Mehrwert und so weiter. Das fällt ja dort alles flach. Da hat irgendein Knallkopf, also ich sage einmal, kennen Sie Erwin Belzig, den kennen Sie ja mit den Kabarettisten. Der hat immer schon gesagt, das gibt es schon immer ganz viele Idioten auf der ganzen Welt, aber die kannten sich untereinander nicht. Und jetzt schon, jetzt schon. Das heißt, im Netz, da wird so unfassbar viel Blödsinn verbreitet, aber es wird nicht unterschieden. Es wird nicht unterschieden und sagt, ja, okay, das ist sinnvoll und das ist jetzt eher weniger sinnvoll. Das heißt, wenn Sie mit jemandem reden, also Sie sicher nicht als Lehrer, das traue ich Ihnen jetzt tatsächlich auch nicht zu, wenn Sie mit jemandem reden und Sie sind sehr, sehr skeptisch, was da gegenüber Ihnen sagt, und Sie fragen, wo hast denn du das her? Das habe ich noch nie gehört. Und der sagt Ihnen, es steht im Internet. Die meisten sagen dann, ach so, ja, dann. Gleiche Situation, Sie würden mit jemandem reden, der erzählt Ihnen irgendwas, was Sie sagen, boah, also das kann ich so nicht glauben, wo hast denn du das her? Und der sagt dann, ja, habe ich hier in Köln gestern am Hauptbahnhof auf der Bahnhofstoilettentür gelesen. Würden Sie sagen, boah, Toilettentür, Bahnhof, Köln, ist das wirklich eine seriöse Quelle? Da kann, es kann sein, dass dort, wo es wahnsinnig Intelligentes steht, kann sein. Verlassen würde ich mich nicht drauf, weil die Qualitätssicherung der Inhalte an einer Toilettentür nicht 100% funktioniert. So, was heißt das aber? Auf der einen Seite sind wir skeptisch, weil wir sagen, das glaube ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite sagen wir aber, na gut, wenn es da steht. Im Endeffekt müssen wir immer davon ausgehen, dass das Internet nichts anderes ist, als eine ganz riesengroße Klotür, wo jeder irgendwas draufschreiben kann. Und wenn ich dann aber unreflektiert an die ganze Sache rangehe und sage, ja, habe ich im Internet gefunden, ja, dann nehme ich das mal als bare Münze und damit sind wir halt ganz, sehr oft, ganz weit im Schwachsinn drin. Und ich glaube, da liegt sicherlich eine der Hauptherausforderungen, und da beneide ich Sie auch echt nicht drum, eine der Hauptherausforderungen, dass Sie es schaffen müssen, den Schülern im Endeffekt diese Reflexionsfähigkeit beizubringen. Also nicht diese Wissensvermittlung, weil ich glaube, das, was Sie sagen, Sie haben studiert, Sie haben die entsprechenden Materialien und so weiter. Da kann man davon ausgehen, dass das, was Sie erzählen, richtig ist. Aber Sie haben einen Riesenkonkurrenten, der permanent verfügbar ist, und das ist halt, sei es Wikipedia oder Google. Ich meine, bis dahin, dass mittlerweile in wissenschaftlicher Literatur Wikipedia zitiert wird, wo ich jetzt tatsächlich einen Anfall kriege, das kann ja nicht sein, Wikipedia kann doch jeder reinschreiben. Also das sind Themen, wo ich sage, nein, das darf so nicht weitergehen, das heißt, da müssen wir diese Reflexionskompetenz ganz einfach steigern. Wie gesagt, ich beneide Sie nicht drum, aber da bin ich der Meinung, weil es immer heißt, ja gut, die Schüler sind ja da den Lehrern, überlegen, was hier so Umgang mit digitalen Medien und so weiter betrifft. Mag sein, dass die die eine oder andere App vielleicht besser bedienen können. Kann sein, ob die App dann wichtig ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber diese Reflexionskompetenz, da betrachte ich einfach jeden einzelnen Lehrer und jede Lehrerin, als den Schülern, die einfach nur relativ unbedarft an die ganze Sache ran, massenweise überlegen. Und genau das ist aber eine Kompetenz, auf die es in Zukunft ankommen wird. Und dementsprechend müssen wir einfach, was das betrifft, was Kommunikation betrifft, den Inhalt, die Inhaltsreflexion, müssen wir ganz mächtig nach vorne schrauben. So, und damit nähere ich mich jetzt tatsächlich auch dem Ende. Das wäre wahnsinnig interessant, das dürfen Sie mir glauben, aber da habe ich keine Zeit mehr dazu. Also das wäre jetzt so Mut, Mut müssen wir noch haben. Und da bin ich beim letzten Beispiel, weil das aus meiner Sicht eben auch noch eine sehr wichtige Sache ist, nämlich die Offenheit. Vielleicht kennen Sie dieses Beispiel, weil es doch relativ berühmt ist, aber trotzdem bringt auch das wiederum sehr schön, das alles so auf den Punkt. Eine Geschichte aus Skandinavien, aus Dänemark, glaube ich, wo ein Student zu seinem Professor zur Abschlussprüfung eingeladen wird, Physik, und der bekommt die Frage, wie schaffen Sie es mit Hilfe eines Barometers, die Höhe eines Hochhauses zu bestimmen. Und daraufhin sagt der Student, ja gut, das ist ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, da nehme ich das Barometer, binde das an eine Schnur und dann stelle ich mich an die Kante des Hochhauses und lasse das Barometer mit der Schnur nach unten, bis es unten auf der Straße aufstößt. Und dann ist die Höhe des Barometers plus die Länge der Schnur, das ist die Höhe des Hochhauses. Dann sagt der Professor, ja um Gottes Willen, also Sie sind durchgefallen. So, dann geht der Student zu seinem Dekan und sagt, ja kann eigentlich nicht sein, er hat eine Frage gestellt bekommen, er hat die Frage definitiv richtig beantwortet und jetzt ist er durchgefallen und sagt der Dekan, ja okay, gut, vielleicht wäre eine andere Antwort besser gewesen und so, aber er darf nochmal. Gut, daraufhin geht der Student wieder zu seinem Professor, Professor erwartet ihn auch schon, sagt er, gut, Frage kennen Sie ja schon, wie schaffen Sie es mit Hilfe eines Barometers die Höhe eines Hochhauses zu bestimmen, Sie haben jetzt Zeit dazu, 15 Minuten. Dann vergehen 14 Minuten und nach 14 Minuten sagt der Professor, jetzt wäre es eine an der Zeit, eine Antwort zu geben, weil in 60 Sekunden ist die Prüfung vorbei. Und dann sagt der Student, nee, das passt, weil er ist jetzt eigentlich sowieso durch. Also, die Lösung mit der Schnur, die kennen Sie ja bereits. Was man auch machen könnte, sich an die Kante des Hochhauses zu stellen, das Barometer einfach fallen zu lassen und die Zeit zu stoppen, bis es unten aufschlägt. Dann könnte man hochrechnen, wie hoch das Hochhaus ist. Wenn man das nicht hat, könnte man unten einen Eimer Wasser hinstellen, also wenn man keine Stoppuhr hat und könnte das einfach fallen lassen, dann die Höhe des Spritzwassers zu messen, Aktion, Reaktion könnte man auch hochrechnen, wie hoch das Hochhaus ist. Was man auch machen könnte, dazu müsste die Sonne allerdings scheinen, das Barometer auf die Straße zu stellen und den Schatten zu messen und dann den Schatten des Hochhauses zu messen und dann die Relation dazu. Auch das wäre eine Möglichkeit. Was man auch machen könnte, die Feuertreppe zu suchen, anhand der Feuertreppe dann einfach so von unten nach oben, Barometer immer an die Wand und dann Strich, 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 Barometer, Strich. Und dann wäre die Höhe des Barometers mal die Anzahl der Striche, auch das wäre die Höhe des Hochhauses. Was man auch noch machen könnte, einfach beim Hausmeister zu klingeln und sagen, können Sie mir sagen, wie hoch Ihr Hochhaus ist. Sie bekommen dafür von mir ein Barometer. Worauf Sie sich, wie Sie sich vorstellen können, der Professor völlig entsetzt ist und sagt, ja um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und dann sagt er, wissen Sie, wenn Sie erwartet hätten, oben Luftdruck messen, unten Luftdruck messen, in irgendeiner pneumatischen Formel das zu berechnen, dann wäre nicht das gewesen, was Sie uns immer gelehrt haben. Sie hat immer gesagt, wir sollen selbstständig denken lernen, wir sollen reflexiv denken, wir sollen offen sein. Und das wäre nicht das gewesen, was Sie von uns erwartet haben. Und der Student, das war angeblich Nils Bohr, der später ja den Nobelpreis erhalten hat, jetzt nicht für das Barometer, sondern für was anderes. Aber Fakt ist, das brauchen wir. Das brauchen wir und ich glaube, das ist sicherlich eine wesentliche Kernkompetenz. Und was alles zusammenhält, und ich glaube, da sind wir auch vor einer riesigen gesellschaftlichen Herausforderung, das ist leider der Respekt. Das ist schade, dass man das Thema ansprechen muss, aber wenn, wie soll man jetzt sagen, politische Führer ganz oben mittlerweile einfach Dinge von sich geben, Dinge sich erlauben dürfen, und das eben nicht nur in den USA oder Ungarn oder sonst wo, sondern mittlerweile halt einfach in Deutschland, wo der eine oder andere dann hier völlig ausfällig wird, wo man sagt, das kann eigentlich nicht mehr sein, wo in Social-Media-Kanälen einfach eine Art und Weise herrscht, wo man nur noch erschreckt sein kann, dann glaube ich, ist das eine der größten Herausforderungen, nicht organisational, sondern gesamtgesellschaftlich. Wir müssen das schaffen, wenn wir das nicht schaffen können, alles andere ja sowieso vergessen, diesen gegenseitigen Respekt einfach wieder von oben nach unten, von unten nach oben, links, rechts, egal wohin, wir müssen diesen Respekt wieder einfach als Wert, als Wert irgendwo etablieren. Alles andere würde sowieso dann früher oder später in ein komplettes Desaster führen. So, das ist wie gesagt schade, dass man das ansprechen muss, aber es ist halt leider so. Und das ist eine agile Organisation, das ist agiles Denken. Und wenn Sie jetzt sagen, guck mal einer an, das habe ich alles noch nie gehört, dann haben Sie wahrscheinlich noch nie irgendwo einen Vortrag gehört, weil da nichts dabei ist, aber rein gar nichts, was man in irgendeiner Form sagen könnte, das ist jetzt ganz was Neues. Nur die Ausprägung, die Ausprägung, die Notwendigkeit, das ist jetzt doch eine ganz andere Kategorie. Und wie gesagt, es ist eine größere Notwendigkeit als einfach nur Kür. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen jetzt für die Aufmerksamkeit. Mir wurde gesagt, ich muss um halb elf fertig sein, das bin ich geworden. Und damit wünsche ich einen Bildungskongress hier, einen super Verlauf, Ihnen ganz viele Impulse, ganz viele tolle Netzwerke und dementsprechend, ja, kann ich mich eigentlich nur noch für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.